Hallo liebe Zuschauer, gemeinsam mit der Elchbahn Bautzen und dem Autohaus Schön auf der Neusalzer Straße möchten wir 2x2 Freikarten für die Kunsteisbahn verlosen. Das einzige was ihr dafür tun müsst, ist auf unserer Facebook-Seite diesen Beitrag mit Gefällt mir zu markieren. Das Gewinnspiel geht vom 24.12. bis zum 31.12.2016. Alle Teilnehmer kommen in einen Nostopf und werden per Zufall am 01.01.2017 ermittelt. Die Gewinner der Freikarten werden persönlich bei Facebook von uns angeschrieben. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und eine schöne Weihnachtszeit. Das Gewinnspiel ist heute noch ein paar Jahre. Das war's von uns angeschrieben. Wenn es unser Lebensverhältnis gibt, dann wird die Terminagunden ausgesponert. Die Begründung ist heute noch ein paar Jahre. Ich bin jetzt in der Zeit, die Begründung ist heute noch ein paar Jahre. Vielen Dank.